Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Bayer Leverkusen sichert sich erstmals Meistertitel mit Wirtz Hattrick gegen Bremen. Bayer Leverkusen sichert sich den Meistertitel mit einem Dreifachtorschützen Wirtz gegen Bremen. In einer überwältigenden Leistung setzte Bayer Leverkusen am heutigen Abend eine beeindruckende Duftmarke im Fußballgeschäft. Mit einer überzeugenden Gesamtleistung schlug die Mannschaft aus Leverkusen den SV Werder Bremen mit einem makellosen Ergebnis von 5 vor 0. Der überragende Mann des Abends war zweifellos Florian Wirtz, der mit einem dreifachen Torschuss, auch Hattrick genannt, das Spiel vollkommen dominierte. Dem 19-jährigen Mittelfeldspieler gelang bereits in der ersten Halbzeit ein Meisterstück. Innerhalb von 40 Minuten traf er dreifach das Tor und stellte seinen persönlichen Rekord auf. Bemerkenswert war dabei nicht nur die Anzahl, sondern auch die Art und Weise, wie Wirtz seine Tore erzielte. Ob mit dem linken oder rechten Fuß oder sogar mit dem Kopf, der junge Spieler setzte sich immer wieder gekonnt in Szene und ließ die Verteidigung von Bremen alt aussehen. Mit diesem Sieg konnte Leverkusen die letzten, noch offenen Fragen zur Meisterschaft beantworten. Nach dem Ende der Partie verkündete der DFB offiziell, dass Bayer Leverkusen der neue deutsche Meister ist. Damit erreicht der Verein aus dem Rheinland erstmals seit 1994 wieder das höchste Podium im deutschen Fußball und kann sich erneut über die begehrte Meisterschale freuen. Trainer und Spielern boten sich emotionale Szenen, die das Stadion in Leverkusen in einen Hexenkessel verwandelten. Aber nicht nur auf dem Fußballplatz gab es Grund zum Feiern. Fans von Bayer Leverkusen feierten die ganze Nacht auf den Straßen und Plätzen der Stadt. Unter dem Klang und Jubel von Autokorsos, Feuerwerken und dem obligatorischen We are the Champions feierten Tausende von Menschen die Rückkehr ihres Vereins an die Spitze des deutschen Fußballs. Für Werder Bremen hingegen war das heutige Spiel ein bitterer Abend. Die Bremer hatten sich zwar noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt gemacht, doch mit der heutigen Niederlage ist die Chance auf den Ligaerhalt endgültig dahin. Nach einer zwischenzeitlich starken Leistung in der Rückrunde muss Werder Bremen jetzt den bitteren Gang in die zweiten Bundesliga antreten. Das Spiel gegen Bayer Leverkusen war der krönende Abschluss einer ohnehin schon beeindruckenden Saison für Werder Bremen. Es bleibt zu hoffen, dass die Bremer die Lehren aus dieser Saison ziehen und in der kommenden Spielzeit wieder mit aller Kraft in der Bundesliga angreifen können. Der Abend gehört jedoch Bayer Leverkusen. Mit dem triumphalen Sieg gegen Werder Bremen hat der Verein den Meistertitel Zurück in die Bay Arena geholt und damit Geschichte geschrieben. Der Wirz Hattrick wird ohne Zweifel noch lange in Erinnerung bleiben und Teil der stolzen Geschichte dieses Vereins werden. Von Anita Farke, Sonntag, 14. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Deine Jungs Jungs